Hallo Matthias, du hast jetzt zwei Tage dabei bei dieser Wirkreise und meine Frage jetzt an die, wie war das für dich und was hast du erlebt? Wie geht's dir? Ja, wir sind ja eigentlich gekommen wegen der Vereinsgründung und es war jetzt wirklich ein Spontantipp durch einen Freund, der noch sagt, komm doch mit zum Peter Kittel. Und dem sind wir auch gefolgt und ich muss also wirklich sagen, über die Vereinsgründung hinaus habe ich eigentlich wirklich, also ich bin wirklich berührt und auch begeistert, was du alles eigentlich hier ins Leben gerufen hast, also das geht ja nicht nur über Vereinsgründung, es geht ja viel weiter, also dass man wirklich so auch in so einen Selbstfindungsprozess kommt, wo man einfach wirklich nachspürt, was will ich eigentlich wirklich oder wo geht's hin? Und das hat mir also sehr, das hat mir sehr gefallen, dass wir da nochmal mit uns selbst konfrontiert waren und spüren konnten und viel fühlen konnten. Und also ich nehme jetzt wirklich eine ganze Latte neue Ideen mit, wo ich einfach sagen muss, das passt genau für das Vereinsprojekt, wie man es vorgestellt hat. Wunderbar. Vielen lieben Dank für dein Sein, dass du dich auch dafür so geöffnet hast. Ich freue mich schon, was alles daraus ist, sich noch zeigen wird. Sehr gerne. Danke. Vielen Dank. Es war super. Danke. Danke.